das spiel geht weiter mein spiel mit meinem büchsenmacher timo und der glock ich habe ja jetzt meine erste landesmeisterschaft mit der glock mal geschossen und ich sage mal die ergebnisse waren relativ durchwachsen es gibt da keine entschuldigung dafür ich kann natürlich sagen das war eine glock aber nein es bin natürlich ich ich bin ja noch immer ein bisschen auf der suche nach der richtigen griff und abzugstechnik für die glock denn so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe verhält sich das ganze wohl bei der glock und ganz klein wenig anders als mit anderen waffen also bin ich hingegangen habe ein bisschen im internet gestöbert und bin auf den profi schützen rob vogel gestoßen er hat ein paar sehr schöne videos gemacht über das thema griff ihr kennt ja meine videos bezüglich des richtigen griff bei einer pistole und zwar wisst ihr ja rechte hand so hoch wie möglich linke hand stützhand rein und die daumen beide nach vorne ziel ist es bei diesem griff einen 360 grad kontakt am griff zu haben und damit die bestmögliche rückschlusskontrolle auch zu erzielen bei der glock verhält sich das anscheinend ganz klein wenig anders und deswegen werde ich wieder testen müssen zur info dass sie ist es ein vorab video zu dem ganzen thema ich werde wenn ich daran denke und auch dazu kommen und zeit habe am sonntag im training die kamera mitnehmen und werde mal versuchen das ein mit auch aufzuzeichnen beim schießbetrieb aufgrund der datenschutz grundverordnung aber nur ich selber sonst wird da keiner auf dem video zu sehen sein aber jetzt ganz kurz zur erklärung der alternativen grifftechnik aller bob vogel wir haben hier die glock 17 gen 4 fs ein magazin mit puffer patrone ihr seht es ist leer also ziel der grifftechnik vom vogel ist es ein wie er sagt aggressiven ansatz zu verfolgen wo ich jetzt bei der bei meinem traditionellen griff so im griff drin stehe geht bob vogel hin und setzt seine stützhand noch höher und dreht sie noch weiter nach unten in den griff rein das heißt letzten endes steht er mit seiner hand und dem fleischigen teil von der daumenwurzel hier oben am griff er hat seine finger komplett hier unten drunter und damit hat er hier unten seht ihr am griff sogar eine lücke und damit ich habe das mal ein bisschen auch mit trocken training getestet steht die waffe sowas von ruhig das ist schon brutal man merkt aber auch dass es fast schon eine gewisse art der verkrampfung ist man muss sich also sehr sehr dran gewöhnen und man möchte mit der rechten hand quasi wie er sagt pinschen das heißt ich ziehe mit der rechten hand die die pistole gerade meine hand so hoch wie möglich in den griff rein wie es geht bei ihm ist es so je nachdem wie fleischig hier hinten der bereich ist dass sogar der schlitten über die haut drüber schrubbt und ihnen sogar schneidet aber ich gehe dann hin mit der linken hand wie gesagt und bin mit der daumenwurzel eigentlich schon hier hier in diesem bereich wo eigentlich der rechte daumen rein kommt also extremst hoch und packt zu die ellenbogen drehe ich nach außen und damit erzeuge ich eine eine drehung im handgelenk die die waffe wieder quasi korrigiert und nach rechts rüber drückt beide ellbogen gucken nach vorne und von vorne sieht das ganze ding dann letzten endes so aus das thema bleibt spannend wir werden sehen wie sich das tatsächlich am sonntag auf der range bemerkbar macht ob sich dadurch meine links lastigkeit mit der glock nach rechts rüber korrigiert so wie ich mir das eigentlich erhoffe oder ob es bullshit ist wir werden sehen aber wie gesagt das spiel geht weiter und wir schauen mal in diesem sinn wir sehen uns dann auf der range